Liebe Yogis, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Yoga-Video. Nachdem wir ja leider wieder gezwungen sind, uns nur online zu treffen, freue ich mich, dir jetzt jede Woche, hoffentlich im kleinen Lockdown, ein kleines Yoga-Video zur Verfügung zu stellen. Würde mich total freuen, wenn du mitmachst. Für die heutige ganz simple Basic-Einheit brauchst du keine Hilfsmittel. Wenn es für dich natürlich bequemer ist, hol dir alles ran. Und ansonsten lass uns den Atem heute fließen und mit den Bewegungen so ein wenig in den Flow kommen. Hab ganz viel Spaß und komm bitte einmal in deine Kindhaltung. Mit den Knien zur Mitte der Matte, setz deine Stirn Richtung Boden, die Arme gern für den Moment neben deinen Körper. Und dann öffne dich hier für deinen Atem. Atme tief ein und lass deine Rippenbögen sich in alle Seiten weiten. Atme vollständig aus und lass Weichheit entstehen in deinem Körper. Vielleicht setz den Scheitel einen Zentimeter weiter nach vorne, setz deine Sitzbeinhöcker satt auf deine Fersen und lass die Schultern und den oberen Rücken sich runden. Und dann nimm hier drei tiefe Atemzüge in deinem Rhythmus. Und bei deiner nächsten Ausatmung schmelze zwischen deinen Schulterblättern. Und dann lass deine Stirn dort, wo sie ist, bring deine Arme lang nach vorne, setz deine Hände schulterbreit und spreiz deine Finger ganz, ganz weit wie für die Hundhaltung. Streck deine Arme und somit die Körperseiten hier lang, tief einatmen. Und atme aus, lass Weichheit entstehen. Und dann in der nächsten Einatmung zieh dich an den Händen nach vorne in den Vierfüßlerstand. Bring die Schultern über deine Hände, spür die Wirbelsäule lang. Mit den Knien unter den Hüften, lass jetzt den Bauch einmal weich nach unten fallen für die Kuh. Mach die Brust breit und heb den Kopf. Tief einatmen, atme aus und schieb dich nach oben in den Katzenbuckel. Einatmen, weiche Kuh, bring die Sitzbeine nach hinten und nach oben. Und atme aus, runde dich. Einatmen, die Kuh. Atme aus, in den Katzenbuckel noch zweimal so. Einatmen, mach die Brust breit nach vorne. Und atme aus, der Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule. Letztes Mal einatmen hier. Atme aus, bleib für einen Moment in deinem Katzenbuckel. Zieh dein Kinn zur Brust, ich muss aufpassen aufs Mikro. Und zieh dein Steißbein Richtung Boden. Runde den Rücken, schieb die Schulterblätter auseinander. Und mit den Händen schieb aktiv den Boden von dir weg. Einmal hier einatmen. Saug die Bauchdecke nach innen. Atme aus, komm in den neutralen Vierfüßlerstand. Und wir möchten heute den Körper einmal ganz locker durchbewegen. Und dazu gehören auch die Hände. Bring jetzt deine Fingerspitzen einmal zu den matten Außenkanten. Und dreh in dieser Richtung weiter, bis deine Fingerspitzen eventuell zu dir zeigen. Halte natürlich hier an, wo es für dich noch erträglich wird. Und dann beginne mit den Händen fest im Boden, über deinen Handgelenken sanft zu kreisen. Atme in deine Unterarme. Gut, und dann wechsel die Seiten. Spür, wie langsam Wärme entsteht in den Handgelenken. Gut, und dann komm zum Stillstand. Vielleicht lauf mit den Knien minimal näher zu den Händen. Und schau mal, wie weit und ob du dich ein wenig nach hinten absetzen kannst. Grem dich nicht, wenn es nicht klappt. Hat auch viel mit der Anatomie deiner Handgelenke zu tun. Mach die Unterarme hier lang. Tief einatmen. Atme aus. Gut, und dann komm wieder zurück in deinen neutralen Vierfüßlerstand. Stülp die Hände um, setz dich einmal nach hinten. Schüttel einmal ganz fester. Denn wir möchten uns heute noch mal der Basis unseres Körpers bewusst machen. Wir werden heute viel im Hund sein. Und somit ist die Basis dein Fundament. Hände und Füße. Stütz dich nach vorne auf und stülp alle 10 Zehen um. Setz dich satt nach hinten auf deine Zehen. Und dann richte die Wirbelsäule auf. Verlagere dein Gewicht schön nach hinten. Und vielleicht roll von kleinen Zeh zu kleinen Zeh. Lass dir die Plantarfaszie einmal ein bisschen sich öffnen. Tief atmen. Gut. Atme letztes Mal hier ein. Und vollständig aus. Komm langsam runter von deinen Füßen. Setz die Fingerspitzen zuerst auf die Matte. Vielleicht schüttel deine Füße ein bisschen aus. Gut. Und dann lass uns beginnen. Großer Vierfüßlerstand. Stülp deine Zehen um. Und dann atme hier einmal ein. Und mit deiner Ausatmung heb die Knie vom Boden. Schieb dich mit weichen Knien nach hinten in den ersten hinabschauenden Hund. Und dann komm hier erstmal an. Nimm dein Fundament wahr. Deine Hände schulterbreit tief im Boden. Deine Füße hüftbreit. Und wenn du möchtest, dann lauf hier dich ein bisschen ein in diesen Hund. Tief atmen. Und ein wenig rekeln, wenn es sich gut anfühlt für dich. Lass die Beine, Rückseiten sanft und ein wenig länger werden. Und dann komm zur Ruhe. Finde in deinen Hund. Knie ein wenig angewinkelt. Atme ein und heb dein Becken weit weg von den neuen Schultern. Mach die Körperseiten ultra lang. Und dann atme aus. Lass die Fersen sanft zinken und werd weich im hinteren Herzen. Gut. Lass den Atem kommen. Lass ihn gehen. Spür dich stabil im Boden. Mit deiner nächsten Einatmung roll nach vorne in die Bretthaltung. Bring die Schultern über die Hände. Atme aus und bring dich wieder nach hinten in den Hund. Noch zweimal so. Einatmen. Roll nach vorne. Atme aus. Steißbein voran in den Hund. Einatmen. Brett. Und ausatmen. Hund. Atme hier noch einmal ein. Und dann atme aus und lass dein Herz weich werden. Mit der nächsten Einatmung heb dein rechtes Bein in den dreibeinigen Hund. Obacht. Atme aus. Rechtes Knie nach vorne zur Nasenspitze. Schultern über die Hände. Einatmen. Heb dein Bein. Und ausatmen. Noch einmal. Bring Knie und Nase näher zueinander. Einatmen. Dreibeiniger Hund. Obacht. Atme aus. Setz den rechten Fuß nach vorne. Rechts außen. Neben deiner Hand. Deine Hände sind unter den Schultern. Dreh die rechten Zehenspitzen ein bisschen nach außen. Atme. Wenn du modifizieren möchtest, leg dein hinteres Knie zum Boden oder heb den Oberschenkel höher. Lauf deine Hände breiter und weiter weg von dir. Atme ein in die Länge deiner Wirbelsäule. Atme aus und senk Bauch und Rücken tiefer Richtung Boden. Atme. Wenn du möchtest, leg die Unterarme oder einen der Unterarme Richtung Boden. Auch hier könntest du dir einen Klotz unterlegen, ein Buch. Vielleicht schaukel ganz sanft in deine Hüftgelenke. Atme letztes Mal hier ein und aus. Nimm die Hände wieder unter deine Schultern. Schieb dich nach hinten in den dreibeinigen Hund. Heb dein rechtes Bein. Atme aus und setz den rechten Fuß neben den linken zurück in den Hund. Wir fließen durch ein Vinyasa. Komm einatmen nach vorne in die Bretthaltung. Bring die Brust weiter über deine Hände. Leg die Knie ab. Und mit der Ausatmung schweb zum Boden, ganz so wie du möchtest. Komm auf den Bauch zum Liegen. Leg die Stirn sanft ab und länge deine Füße. Deine Fußoberseiten, die Zehennägel haben fest Kontakt. Lange Körperseiten. Mach dich lang im Oberkörper. Und dann atme ein und komm in deine Kobra. Die Kobra könnte höher sein. Oder für den Anfang eine ganz kleine, schön aufgerichtete Kobra. Atme ein. Schieb die Kraft von den Zehennägeln in den Boden. Und atme aus. Bring die Stirn zurück. Stell die Zehenspitzen auf. Heb dich über den Vierfüßler zurück nach hinten in den Hund. Mit einer nächsten Einatmung heb dein linkes Bein in den dreibeinigen Hund. Obacht. Atme aus. Linkes Knie zur Nasenspitze. Einatmen. Dreibein. Und ausatmen. Noch einmal. Einatmen. Dreibeiniger Hund. Gut. Atme aus. Und setz den linken Fuß nach vorne neben deine linke Hand. Auch hier. Modifiziere gerne mit dem Knie am Boden. Dreh die Zehenspitzen sanft auswärts. Gut. Und dann heb den hinteren Oberschenkel höher. Lauf die Hände breiter und weiter. Und atme aus. Senk Bauch und Oberschenkel tief Richtung Boden. Vielleicht leg die Unterarme ab. Und atme. Kleine Schaukelbewegungen eventuell. Und auch hier ist nie die Tiefe einer Asana ausschlaggebend. Lass den Atem fließen. Atmen letztes Mal ein. Und aus. Stell die Hände zurück unter die Schultern. Mach dich bereit für den dreibeinigen Hund. Schieb dich lang nach hinten. Und dann atme aus. Setz den Fuß neben den rechten. Komm an dem Hund. Einatmen. Roll nach vorne ins Brett. Obacht. Atme aus. Schieb dich nach hinten. Und dann nimm mit der nächsten Einatmung wieder dein linkes Bein nach oben. Atme aus. Setz den Fuß weit nach vorne zwischen die Hände. Und länge deine Wirbelsäule. Heb den hinteren Oberschenkel. Lös die Hände. Komm einatmen. Nach oben. Krieger 1 Variation. Und dann heb deine Taille. Heb die Arme. Den Kopf. Mach dich lang in den Körperseiten. Atme aus. Und komm tiefer im vorderen Knie. Heb den hinteren Oberschenkel hoch. Atme aus. Setz die Fingerspitzen zum Boden. Rechte Hand an die rechte Hüfte. Einatmen. Dreh den Oberkörper nach rechts auf. Atme aus. Lass dein Becken tiefer sinken. Einatmen. Heb den rechten Arm zum Himmel. Atme aus. Leg dich nach hinten in die Schulterblätter. Komm nochmal. Einatmen nach oben. Atme aus. Setz die Hand zum Boden. Steig nach hinten in den Hund. Einatmen. Roll nach vorne. Schiefe Ebene. Atme aus. Komm auf deine Art. Ganz bewusst auf den Bauch zum Legen. Länge die Füße. Die Körperseiten. Atme ein. Und komm nach oben in deine Cobra. Einatmen. Ganz weite Schlüsselbeine. Atme aus. Stirn zurück zum Boden. Heb dich nach hinten in deinen Hund. Hebe einatmen. Dein linkes Bein. Atme aus. Setz den Fuß weit nach vorne. Zwischen die Hände. Mach dich einmal lang hier. Heb den hinteren Oberschenkel. Löst die Hände. Komm nach oben. Krieger 1 Variante. Einatmen. Heb den Oberkörper länger. Öffne den Hals. Atme aus. Komm tief im vorderen Knie. Heb nochmal den hinteren Oberschenkel. Und mit der Ausatmung setz die rechten Fingerspitzen zum Boden. Linke Hand zur linken Hüfte. Dreh den Oberkörper nach links auf. Lass dein Brustbein führen. Lass das Becken tiefer sinken. Heb einatmen den linken Arm. Atme aus. Lehn dich in die Schulterblätter. Nochmal ein hier. Und aus. Bring die Hand zurück zum Boden. Obacht. Einmal einatmen hier. Mach die Wirbelsäule lang. Atme aus. Komm nach vorne. Vorbeuge. Beide Füße nebeneinander. Jetzt lass den Oberkörper. Kopf und Arme einmal ganz weich nach unten fließen. Vielleicht greif den gegenüberliegenden Ellbogen. Hat dein Gewicht gut verteilt auf deinem ganzen Fuß. Vielleicht eine kleine Beuge in den Knien. Mach dich schwer und leicht gleichermaßen. Gut, dann lass die Arme hängen. Nimm deine Hände entweder zum Schienbein oder setz die Fingerspitzen vor dir auf. Komm einatmend und mit angewinkelten Knien in eine halbe Vorbeuge. Hebe dein Herz weit nach vorne. Atme aus. Ganze Vorbeuge. Noch einmal einatmen. Halbe Vorbeuge. Und atme aus. Falte dich. Letztes Mal. Einatmen in die halbe Vorbeuge. Und atme aus. Und schieb ganz viel Kraft vom Becken in deine Füße. Komm einatmen nach oben zum Stehen. Hände zum Himmel. Anjali Mudra. Atme aus. Einatmen. Hebe dich zum Himmel. Obacht. Atme aus. Hände hinter den Rücken in den Flechtgriff. Komm in die Beuge in den Knien. Atme ein. Öffne die Brust Richtung Himmel. Zieh den Flechtgriff sanft Richtung Boden. Einatmen hier. Atme aus. Und komm in eine weiche Vorbeuge. Bring den Flechtgriff über den Kopf. Beginn langsam deine Beine zu strecken. So wie es möglich ist. Atme ein. Heb deine Schulterköpfe mehr Richtung Himmel. Spür wie dein Nacken frei wird. Und atme aus. Und lass den Scheitel sinken. Und dann winkel dein rechtes Knie an. Linkes Bein bleibt gestreckt. Bring deine rechte Schulter nah zum rechten Knie. Dreh dich nach links auf. Atme hier ein. Und atme aus. Komm zurück zur Mitte. Beide Beine lang. Und dann wechsel auf die linke Seite. Linkes Knie, linke Schulter ganz nah zueinander. Streck dein rechtes Bein. Und dann heb die Schultern höher. Tief einatmen. Und atme aus. Komm zurück zur Mitte. Winkel deine Knie an. Bring den Flechtgriff zum Rücken. Komm einatmen nach oben. Heb die Arme. Obacht. Atme aus. Utkatasana. Kleiner Küchenhocker. Setz dich tief. Einatmen hier. Und obacht. Atme aus. Komm nach unten in deine Vorbeuge. Einatmen. Halbe Vorbeuge. Atme aus. Setz die Hände zum Boden. Steig nach hinten in deinen Hund. Finde deine optimale Länge. Und nimm hier einmal dein Fundament wahr. Schieb die Hände tief in den Boden. Fersen weich. Und dann winkel die Knie mehr an. Und schieb jetzt dein Becken weit nach hinten und nach oben. Die Sitzbeinhöcker weiten sich weg von deinen Schultern. Mach dich so lang du bist. Einatmen hier. Atme aus. Und weite deine inneren Oberschenkel nach außen. Vielleicht strecken sich die Beine mehr. Fersen lass natürlich fallen. Wir rollen. Wir fließen durch ein Vinyasa. Komm einatmen. Nach vorne ins Brett. Atme aus. Komm auf deine Art. Auf den Bauch zum Liegen. Füße lang. Bring hier Energie in den Boden. Deine Unterarme sind senkrecht. Und jetzt heb deine Ohren, deine Schultern näher zu den Ohren. Spür, wie deine Körperseiten länger werden. Atme dich einmal hier lang und voll. Und dann komm einatmen nach oben in deine Cobra. Und jetzt weite deine Schultern nach außen. Spür, wie deine Schlüsselbeine breiter werden. Und leg deine Schulterblätter ganz glatt am Rücken an. Und deine Schulterblätter schubsen dein Herz nach vorne. Atme ein und heb den Kopf. Atme aus. Bring die Stirn zurück zum Boden. Und leg einmal deinen linken Arm auf deine linke Seite. Die linke Hand auf Höhe deiner Schulter. Zeigt Richtung Boden. Heb dein rechtes Bein. Und roll dich einmal auf deine linke Körperseite rüber. Stell deinen rechten Fuß hinter dir auf. Die rechte Hand stützt dich eventuell. Und leg die linke Schläfe in den Boden. Und jetzt atme. Letztes Mal. Atme ein. Und atme aus. Und dann roll zurück auf den Bauch. Wechsel die Seiten. Deine linke Hand nimm neben deine Brust. Nimm den rechten Arm auf deine rechte Seite. Handfläche auf Höhe deiner Schulter. Heb dein linkes Bein. Und roll so sanft auf deine rechte Körperseite rüber. Und leg den Kopf vielleicht auf einen Klotz, wenn es für dich angenehmer ist. Und öffne dein linkes Knie nach oben. Und vielleicht nach hinten. Tief atmen. Vielleicht möchtest du die Ujjayi-Atmung hier anwenden. Dieses sanfte Meeresrauschen, das entsteht in deiner Kehle. Und dann atme letztes Mal hier ein und aus. Und dreh auch hier zurück auf den Bauch. Nimm deine Unterarme wieder senkrecht neben deine Brust. Und schieb dich ganz sauber vom Vierfüßler nach hinten in den Hund. Gut. Und spür die Körperseiten hier ganz lang. Atme ein. Und atme aus. Und deine Füße vielleicht ein bisschen enger zueinander. Und mit deiner nächsten Einatmung heb dein rechtes Bein in den dreibeinigen Hund. Und öffne sogar deine rechte Hüfte nach rechts. Mach dich ganz, ganz weit und lang hier. Atme ein. Schieb dich noch weiter von deinen Händen weg. Und mit der Ausatmung lass deine rechte Achselhöhle wieder ein bisschen tiefer Richtung Boden sinken. Beginn dein rechtes Knie anzuwinkeln. Heb dein Knie zum Himmel. Und lass die rechte Ferse nach links rüberfallen. Du könntest hier bleiben. Oder wenn du möchtest, heb den Kopf. Und schau über deiner linken Schulter zu deinem rechten Fuß. Einmal hier tief einatmen. Und aus. Atme ein. Dreh zurück zur Mitte. Atme aus und setz den Fuß weit nach vorne zwischen deine Hände. Platziere dein hinteres Knie sanft zum Boden. Mach den Abstand groß zwischen vorderer Ferse und hinter dem Knie. Du bist auf deinen linken Fingerspitzen. Wir gehen einmal in die Oberschenkeldehnung. Du könntest den Oberkörper nach rechts aufdrehen. Und dann deinen hinteren Fuß greifen. Wenn es nicht funktioniert, probiere deine Hüfte übers Knie zu bringen und dann den Fuß zu greifen, eventuell. Und wenn es alles nicht klappt, dann heb dir die Ferse so weit es geht Richtung Popo ran. Gut. Wähle deine Variante. Und wenn du den Fuß in der Hand hast, schieb mit dem Fuß in die Hand und mit der Hand in den Fuß. Lass dein Becken tiefer sinken. Und vielleicht komm auf den linken Unterarm. Atme tief. Grundsätzlich in diesen Haltungen modifiziere immer so, wie es für dich okay ist. Und erleg dir dein Knie hier nicht ganz zu tief in die Haltung. So wie du das Beste rausnimmst aus deiner Yoga-Praxis. Dann nimm den letzten Atemzug hier. Löse einmal die Hand. Komm zurück auf deine Hände. Und dann bring dein Becken so lang nach hinten, bis sich dein vorderes Bein zu strecken beginnt. Mit den Fingerspitzen krabbel nach. Und dann leg einmal alle fünf Zehenspitzen tief in den Boden. Spiel mal die schöne Dehnung hier im Spann. Gut, und dann streck dein rechtes Bein. Tief einatmen. Atme aus und bring beide Hüften auf einer Höhe. Vielleicht weite deine rechte Hüfte ein bisschen nach hinten. Atme ein in die Länge deiner Wirbelsäule. Mach dich groß im Oberkörper. Atme aus und verneige dich über deinem rechten Bein. Gut. Jetzt komm einmal auf deine rechte Ferse. Flex also den Fuß. Lauf die Hände ein bisschen breiter. Atme ein. Mach dich lang. Und atme aus. Bring Bauch und Oberkörper. Rücken ein bisschen tiefer. Gut. Atme hier. Und dann komm zurück. Setz deine Hände in die Matte. Heb dein hinteres Knie. Schieb dich nach hinten in den Hund. Wir fließen durch einen Vinyasa. Einatmen. Roll nach vorne ins Brett. Atme aus. Komm auf deine Art zum Liegen auf dem Bauch. Einatmen. Komm in deine Cobra. Und atme aus. Bring die Stirn zum Boden. Schieb dich zurück nach hinten in deinen Hund. Einatmen. Einatmen. Hebe jetzt dein linkes Bein in den dreibeinigen Hund. Beginn die Hüfte zu öffnen. Streck dich lang. Deine rechte Ferse sinkt ganz natürlich Richtung Boden. Schieb dich mit den Händen weit weg. Einatmen hier. Atme aus. Bring die linke Achselhülle ein bisschen tiefer Richtung Boden. Gut. Und dann beginn dein linkes Knie anzuwinkeln. Heb dein Knie ganz, ganz hoch. Lass die Ferse Richtung rechte Seite fallen. Bleib hier. Oder wenn du möchtest, heb den Kox. Schau über deiner rechten Schulter zum linken Fuß. Tief atmen. Atme ein. Streck dein Bein nochmal. Atme aus und setz den linken Fuß nach vorne zwischen die Hände. Dein rechtes hinteres Knie erdet sanft. Wir gehen wieder in die Dehnung. Du bist auf den rechten Fingerspitzen. Finde deine Variante für die Oberschenkeldehnung. Greif den hinteren Fuß. Vielleicht. Und dann lass dein Becken tiefer senken. Mach auch den Fuß hier ganz aktiv. Vielleicht komm ein bisschen tiefer. Und dann atme. Lass Weite und Raum entstehen. Und schick ein bisschen Aufmerksamkeit in die Regionen deines Körpers, die jetzt am meisten ansprechen auf diese Dehnung. Und dann atme ein letztes Mal hier ein. Und vollständig aus. Löst die Hand. Und komm einmal nach oben. Beginn dein Becken nach hinten zu schieben. Dein linkes Bein streckt sich. Krabbel mit den Tippi-Zelt Händen nach. Und leg mal alle fünf Zehen in den Boden. Einmal hier tief einatmen. Streck dein linkes Bein. Atme aus und bring beide Hüften auf einer Höhe. Beweite deine linke Hüfte ein bisschen nach hinten außen. Gut. Dann heb den Oberschenkel vom Boden weg. Deinen linken. Vielleicht möchtest du die Hände ein bisschen breiter laufen. Atme ein in die Länge deiner Wirbelsäule. Atme aus und bring Bauch und Rücken tiefer. Komm jetzt auf deine linke Ferse. Flex den Fuß. Vielleicht spreiz die Zehen, wenn du es kannst. Atme hier tief ein. Atme aus. Verneige dich über deinem linken Bein. Noch ein Atemzug hier. Komm zurück. Setz deine Hände unter deine Schultern. Steig nach hinten in den Hund. Lass uns durchs letzte Vinyasa fließen. Einatmen. Roll nach vorne in die Bretthaltung. Atme aus. Komm auf den Bauch zum Liegen. Einatmen in deine Kobra. Atme aus. Setz die Stirn zum Boden. Und dann bring deine Hände hinter den Rücken in den Flechtgriff. Schieb nur mal die Zehennegel tief in den Boden. Und lass eine kleine Beuge in deinen Armen. Mit der Einatmung heb Oberkörper und Kopf. Und zieh den Flechtgriff nach hinten Richtung Fersen. Einatmen. Weite dich. Und du pulsierst so ein bisschen mit dem Atem. Lass Brust und Schlüsselbeine weiter werden. Und dann atme aus. Löse langsam auf. Nimm die Hände wieder neben die Brust. Schieb dich nach hinten in deinen Hund. Sehr gut. Und dann atme hier ein letztes Mal ein. Heb dein linkes Bein. In meinem Fall jetzt das linke, damit ich zu dir gleich schaue. Atme aus und setz den Fuß nach vorne. Du kannst auch den rechten nach vorne setzen. Gut. Und dann krabbel mit deinen Händen auf die rechte Seite. Und dreh beide Fußspitzen nach rechts oder links. Je nachdem. Komm also in eine große Grätsche. Großzügig. Hab die Knie ein bisschen angebeugt. Und jetzt schau mal, dass dein ganzer Fuß tief im Boden ist. Vier Punkte deiner Füße. Großzehballe, Kleinzehballe, innere und äußere Ferse. Gut. Und die Beine habt gerne ein bisschen angewinkelt. Setz die Finger vor dir auf. Vielleicht möchtest du dir einen Klotz untersetzen, einen Buch, einen Karton, ja, irgendwas. Und dann atme einmal ein. Heb dein Herz weit nach vorne in eine halbe Vorbeuge. Und beginn ganz langsam deine Beine zu strecken. Gut. Atme hier. Und jetzt schieb dein Becken nach hinten. Dein Scheitel nach vorne. Deine Beine lang. Und dein Gewicht gleichmäßig verteilt. Nimm deine linke Hand unter die Nasenspitze. Vielleicht auf die Fingerspitzen. Bring die rechte Hand zur Hüfte. Und jetzt lass deine Hüften ganz neutral. Atme ein und dreh nur den Oberkörper nach rechts auf. Probiere beide Schultern in eine Linie zu bekommen. Und wenn du möchtest, heb den rechten Arm zum Himmel. Tief einatmen. Mach dich weit in alle Richtungen. Nochmal einatmen hier. Und dann atme aus. Bring die rechte Hand unter deine Nasenspitze. Wir tauschen die Seiten. Linke Hand zur Taille. Und dann atme ein. Heb einmal dein Herz nach vorne. Und dreh dann nach links. Dein Brustbein führt dich. Atme ein. Beide Schultern in einer Linie. Und dann atme aus. Und heb den Arm zum Himmel. Streck dich wie so ein Seestern. Tief einatmen. Zieh den Scheitel nach vorne. Und atme aus. Letztes Mal ein hier. Und ausatmen. Die Hand zurück zum Boden. Komm einmal tief in eine Vorbeuge. Lass den Scheitel Richtung Boden sinken. Atme. Du könntest deine Hände unter deinen Füßen, unter deinen Beinen nach hinten laufen. Dich ganz weit strecken in alle Richtungen. Noch einmal hier einatmen. Nimm die Hände wieder für eine halbe Vorbeuge vor dich. Lauf deine Füße zueinander. Ein bisschen mehr als Hüftbreit. Und dann setz dich nach unten in Malasana. Yogi Squat. Und wenn deine Fersen nicht am Boden sind, creme dich nicht. Auch das ist vielleicht anatomisch bedingt. Nimm die Hände vor das Brustbein. Ein Mikro. Und schiebe jetzt mit deinen Oberarmen deine Knie sanft auseinander. Deine Schlüsselbeine weiten sich. Nimm den Scheitel zur Decke. Und dein Steißbein Richtung Boden. Wenn für dich Malasana ganz unmöglich ist und sich nicht sehr gut anfühlt, nimm die Fingerspitzen zum Boden. Und komm in eine aktive, ich nenne es immer Monkey Move Variante. Also ein bisschen die Hüften geschmeidig machen. Und wenn du aber in Malasana bist, setz dich noch einmal tief hier. Gut. Ich drehe mich einmal seitlich zu dir. Egal wo du jetzt bist, streck die Arme nach vorne aus. Und komm einmal mit runden Rücken nach unten zum Sitzen. Irgendwann plumpst es. Verlage dein Gewicht nach hinten. Und heb deine Unterschenkel parallel zum Boden in ein halbes Boot. Deine Arme ziehen nach vorne. Kleiner Abstand zwischen Bauch und Oberschenkel. Hier einmal einatmen. Heb dein Herz höher. Und atme aus. Heb dich noch einmal hier tief ein. Letztes Mal einatmen. Und dann atme aus. Senk deine Beine ganz locker Richtung Boden. Gut. Setz deine Füße recht weit weg von dir auf. Hüft breit. Nimm deine Hände unter deine Schultern. Atme ein. Heb dein Kreuzbein in den Körper. Mach dich lang. Und dann atme aus und komm in den Tisch. Heb dein Becken. Heb den Bauch. Dein Schambein. Und am besten halte deinen Nacken fest. Wenn der Kopf einmal hinten ist, kommt er ganz schwer wieder hoch. Deine Knie hab über den Füßen. Und lass deine Knie Hüft breit. Atme hier. Vielleicht einen kleinen Schauklein nach hinten nehmen. Letztes Mal. Drück alles zusammen. Popo-mäßig, was du hast. Und dann atme aus und setz den Po ganz sanft zurück Richtung Boden. Gut. Nimm die Hände noch einmal nach vorne. Und dann roll dich Wirbel für Wirbel. Nach unten auf den Rücken. Und leg dich ab. Gut. Letzte Haltung für heute. Stell deine Füße auf. Und leg dein rechtes Sprunggelenk auf deinen linken Oberschenkel. Flex deinen rechten Fuß. Greif dir mit beiden Händen den linken Oberschenkel oder auch Unterschenkel. Je nach Körper. Und zieh deinen linken Oberschenkel sanft zu dir ran. Und dann leg den Kopf ab. Schultern weich. Und mit deiner nächsten Ausatmung schieb dein rechtes Knie ganz, ganz sanft ein bisschen weiter weg von dir. Tief atmen. Und dann zieh nochmal dein Knie ein bisschen näher ran. Flex den rechten Fuß und schieb dein Knie weg. Gut. Und dann löse vorsichtig die Hände vom linken Fuß, vom linken Bein. Der Fuß. Stell deinen rechten Fuß ab. Und wechsel die Seiten. Linkes Sprunggelenk auf den rechten Oberschenkel. Greif zu deinem rechten Bein. Für manche ist es bequem, die Wade hier zu greifen. Dein Schienbein. Flex deinen linken Fuß. Und jetzt zieh den rechten Oberschenkel so nah an dich heran, wie es sich gut anfühlt in deiner linken Gesäß. Hälfte. Und schieb dein linkes Knie weich und achtsam weg von deiner Schulter. Kontrollier nochmal, dass du Kiefergelenk und in den Schultern loslässt. Die Stirn weich. Und den letzten Atemzug hier. Löse deine Hand. Und dann zieh dir einmal beide Knie ran zur Brust. Halt dich an den Schienbeinen fest. Und vielleicht möchtest du über den unteren Rücken massieren. Dich ganz klein machen. Vielleicht deine Knie unabhängig voneinander bewegen. Oder deinen Kopf zwischen die Knie bringen. Finde deine Variante. Und dann leg nochmal deine Beine zum Boden. Nimm deine Arme nach hinten und nach oben. Und jetzt streck dich einmal ganz, ganz lang. Schieb die Fingerspitzen weg von dir. Pointe deine Füße nach vorne. Atme tief ein. Zieh dich lang. Und dann atme aus. Lass alles los. Lass den Körper weich werden. Bring die Arme neben deinen Körper. Und dann leg dich ab für die Schlussentspannung. Mach es dir ultra bequem und warm und weich. Schließ deine Augen. Und lass deinen Atem jetzt ganz natürlich fließen, ohne einzugreifen. Dein gesamter Körper darf entspannen. Und auch dein Gesicht wird weich. Und dann bleib hier in deiner Schlussentspannung. Solange es dir gut tut. Am besten mindestens 5, 6 Minuten. Noch besser 10, 15. Bleib ganz bei dir. Und gönn dir dieses Runterfahren deines Nervensystems. Und ich sage ganz geschwind vielen Dank fürs Mitmachen. Wir sehen uns hoffentlich ganz bald. Und natürlich hat eine Online-Klasse eine andere Qualität. Deswegen freue ich mich umso mehr auf Energie wieder zusammen im Raum. Bis dahin, passt gut auf dich auf. Ganz viel Licht für dich. Namaste. Bis dahin, passt gut auf dich.